Okay, mal wieder kurz da. Ich nehme jetzt schon mal den ersten Krios und Bucket mit. Warum will ich eigentlich nur 10? Ach ja, doch, deshalb, genau. Passt schon. Weil jetzt kann ich drei Stück kombinieren mit dem Dings und ich kriege mein erstes Wooden Tie. Und der Eimer ist wieder in meinem Inventar. Cool, oder? Ja, wenn man rechtsklicken mit dem Eimer macht und da ist genug drin. Das werde ich jetzt gleich mal abwarten. Nochmal da wissen, müsste das einem das dann direkt geben. Trio ist der Teufel. Oh! Autsch! Was ist denn da passiert? Wie ist das passiert, Options? Das kann ich wieder mal nicht verstehen, wie das jetzt passiert ist. Ähm. Also. Wie war das? Wir haben derzeit ein System, das unter Wasser ist. Absolut unter Wasser. Äh. Und dann nehmen wir eine Turtle, die die Gegner unter Wasser tötet. Natürlich, es gibt regelmäßige Explosionen, aber das sollte eigentlich trotzdem... Ist da hinten... Ah. Wie? Wie? Wie ist jetzt meine große Frage? Das da hinten brauche ich ja nicht. Eigentlich brauche ich das hier alles nicht, weil wir könnten ja hier einfach wieder ein Double-Chests hin platzieren. Gut. Jetzt sollte es eigentlich wieder möglich sein, das wieder zu aktivieren. Sieht als ein bisschen weniger fancy aus. Sollte aber wieder funktionieren. Gut. Ähm. Also. Beantworten kann ich diese Frage nicht. Gut. Es sollte jetzt... Man sieht, es ist 1000 drin. Wenn ich jetzt mit dem Bucket rechts klicke... Hup. Ähm. Dann wird was anderes. Und man sieht, man kriegt es nicht rein, nur raus. Und dann stelle ich halt die nächsten schon mal her. Das zweite Wundenteil. Eins, zwei, drei. Priozoid. Danke. Das wird noch eine Weile dauern. Aber ich werde es jetzt einfach stehen lassen, weil ich sowieso jetzt mal ein bisschen was anders mache. Ich sollte sagen, dass ich das mehr oder weniger jetzt an einem Stück trotzdem noch gemacht habe. Yay. Cool, oder? Boah. In welchem Part sind wir? Ich bin mal gespannt. In einem Spät. Auch wenn mir gerade einfällt, sieben und drei sind zehn. Dass ich eventuell vielleicht doch den hier nehme. Und die, äh, das untere dann doch gegen das hier austausche. Damit, Gegner kommen trotzdem nicht durch, aber wir kriegen die EP. Nur die EPs wollen noch weniger als eben. Und dann halt nicht. Dann tue ich das halt wieder wegnehmen, ist ja kein Problem. Und dann wieder meinen Erdblock hin. So. Eventuell könnte man natürlich das um eins nach vorn verlängern und dann hier so ein Ding spawnen. Naja, aber ich glaube, dass jetzt die Turtle wirklich wieder alles tötet. Dementsprechend kann ich eigentlich mein ganzes Zeug wieder da reinschmeißen, weil ich sowieso nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen brauche. Ah, gut. Funktionieren Ender Pellen eigentlich immer noch mit als Wurfgeschosse? Ja. Gut. Natürlich ist jetzt die Frage, ob sich das gelohnt hat, aber ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Cool, oder? Oh, Mann. Ich brauche so viele Wunden Ties. Das dauert halt so wahnsinnig lang. Bevor dir irgendwas erreicht. Naja. Ich werde das jetzt einfach wieder mal weiterlaufen lassen, während ich... Hier, Mann, das ist auch im Kommen. Bis später. See ya, Leute. Hey, Leute. Willkommen zurück zu... Let's play Minecraft. Skyblock. Skytag. Wie auch immer. Ich wollte nur zeigen... Oh, Spooky war heute der 31. Und deshalb wollten wir eigentlich mal die Map weitermachen. Ich wollte nur, dass ihr seht, dass heute der Dings ist. Oh, ich habe heute noch schnell das Tick-Dings geschrieben. Das Ticket. Ähm, nicht Ticket. Ähm. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, dieses Dings geschrieben. Wie heißt dieses Video von Minecon? Ich bin jetzt mal gespannt, ob wirklich irgendwas Spooky kommt. Oh, da ist mal wieder ein Zombie ertrunken. Ah, dämliche Skelett. Boah, Leute. Schau dich an, wie viel Material wir kriegen. Naja, egal wie. Wir könnten einfach mal weiterbauen, theoretisch. Äh. Ja. Boom. Den könnten wir natürlich wieder weiterlaufen lassen, aber... Hm, nicht so notwendig. Stimmt. Jetzt erstmal haben wir das Haus gebaut. Diesmal wollen wir uns dann mal mit Forestry beschäftigen. Weil wir nämlich... Wie ich sag... Moment. Erstmal brauche ich ein paar Diamanten. Und wisst ihr, wie man am besten Diamant kriegt? Schritt Nummer 1. Dann nehme ich Holz. Schritt Nummer 2. Man nehme dieses Holz und schmeißt es in einen Iron Furnace. Warum ist das da... Hieß es da... Ui, Spooky. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Animal Man, bist du Spooky? Ja. Auch wenn er bis jetzt noch keine Sachen macht. Okay. Dann geht es weiter mit Setsling. Wie viele Setslinge hier drüben drin stecken. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Glaubt mir doch. Das ist der helle Wahnsinn. Was? Ihr glaubt mir nicht. Hm. Ihr seid fies. Gut. Was ich mit dem machen will ist... Kisten als erstes. Ähm. Wir brauchen mal kurz ein bisschen Storage Platz. Wo ich einfach mal das ganze Holz, das ich hier rausnehmen kann. Hindampen kann. Ups. Kein Platz mehr. Äh. Und die ganzen Setslinge vor allem auch. So. Die Sachen noch... Ich hab immer... Ich hab keine Inventory Tweaks im Moment. Ach man. Ich vergesse es immer wieder. Egal. Ich schmeiß die Sachen jetzt hier einfach mal so rein. Äh. Ich nehm vielleicht die 18 noch raus. Vielleicht kann ich nämlich da hinten noch nachfüllen. Hey Enderman. Was machst du hier drin? Gibt's was cooles Neues? Nicht? Hm. Das ist ja langweilig. Weil ich hab vor... Ja. Ich hab vergessen. Ich keine Inventory Tweaks hab. Ich vergesse es regelmäßig. Ah. Gibt's doch irgendwas Geheimes? Das wäre jetzt meine... Wäre das, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Hm. Dank dem Skelett bin ich ja durch die Gegend geflogen. Boom. Wo auch immer der hingeflogen ist. Ah. Ich hasse diese Dämpfelskelette. Boom. Oh. Geht das schon wieder los? Ähm. Frag mich nicht, wieso die da so rumgletschen. Aber wir... Ach, Mann. Ich kapisse einfach nicht. Was genau davor fällt, wenn diese Creeper explodieren, kann ich wirklich nicht sagen. Vor allem so hoch oben sollten die eigentlich nicht explodieren im Normalfall. Was notwendig sein kann, ist, dass ich die eventuell... Ich hab schon eine Spitzsäcke dabei, ja. Dass ich hier eventuell... Oh. Der ist tatsächlich mehrere langen Kabeln gespringt. Die ich das hier vielleicht noch nach oben versetzen muss. Nehme den Bucketier. Und dann tue ich den dorthin. Gut. Und jetzt kann ich da ja wieder zumachen, rundum. Weil hier drumrum, das brauchen wir ja nicht mehr. So. Gut. Es ist zwar nervig, schnell hinweg sind wir ein bisschen peaceful rumarbeiten zu müssen. Weil irgendwelche Creeper random explodieren. Aber... Ja, ich glaube, ihr könnt schon verstehen, dass ich das nicht leiden kann. Wenn meine Creeper... Meine Mobspawner explodieren. Vor allem, weil ich da nichts dafür kann. So. Easy. Easy peasy. Und die ganzen Gegner sind schon wieder weg. Stimmt, ich sollte schnell durch die Nacht schaunfen, weil auf meinem Dach ist nämlich kein... Da könnten Gegner spawnen. Und das will ich eigentlich nicht machen. Wir sollten mal mit der Forestry Area anfangen. Dazu brauche ich jede Menge Cobblestone. Ach ja. Ich wollte ja die Holzkohle hier rausnehmen. Und dem rechnen. So. Und dann brauche ich mal ein bisschen Material. Dazu nehme ich das Holz wieder mit. Ähm... Bisschen Platz habe ich noch. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen Müll wegschmeißen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich schon. Hm, okay. Das passt dann schon. Dann könnte ich hier die Reste hier noch mitnehmen. So. Wir wissen ja, dass... Das hier Obsidian gibt. Und das wollen wir noch ein paar Mal machen. So weit wie es geht, zumindest. Ganz aufgehen wird es nicht. Aber dann habe ich immer noch ein bisschen Material übrig. Oh, da geht es sogar ganz auf. Gut. Und jetzt eins, zwei, drei, vier. Ähm... Die hier. Und fehlt mir da noch was. Geht da nochmal eine Runde? Bisschen geht, ja. So. Und damit kann ich natürlich dann wieder Gold anfangen. Acht Gold. Gibt zwei Diamanten, wie wir uns erinnern. Cool, oder? Das ist doch fast schon episch. So. Gut. Zwei neue Diamanten. Und was wollen wir mit zwei neuen Diamanten machen? Naja, ich wäre für eine bestimmte Sache. Und zwar... Was wollte ich mit den Diamanten machen? Naja, die werden wir später brauchen. Sagen wir es mal so. Und ich bräuchte dringend mehr Kisten. Gut. Also, naja, passt schon. Für einen Augenblick sollte das reichen. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Cobblestone hier raus. Und baue mir einfach mal ein neuestes Cobblestone-System. Habe ich zufällig, weil es noch Holz hier irgendwo rumfliegen? Ja. Bisschen hier vorn, bisschen da vorn. Ich habe nicht geschaut, ob Rockpower draußen ist. Schade eigentlich. Hätte ich schauen sollen. Hm. Ärgerlich. Naja, häftix. Und dann würde ich sagen, wir machen mal einen Durchbruch bei dem Haus hier. Und zwar in die Richtung hier. Da kann ich dann nämlich wieder so ein schönes Nummer 9 nämlich anlegen. Okay. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Okay. Und jetzt eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Okay. Und das gleiche jetzt auch nochmal in die seitliche Richtung. Eins. Zwo. Drei. Vier. In die andere Richtung das gleiche. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und auffüllen. Weil auffüllen so wichtig ist, wie wir uns erinnern. Ich finde es ja cool, dass die Tierfarm so gut funktioniert mit den Gegnerspawns. Ich weiß aber noch nicht, warum das so creepy heißt. Hm. Inventory Tweaks. Ich vermisse dich. Obwohl wir ihn noch nicht mal drauf hatten, vermisse ich ihn. Hm. Interessant. Naja. Oh. Heute war ich ziemlich lang weg. Aber ich will jetzt meine Festplatte noch fast voll kriegen mit Videomaterial. Das passt von der Höhe. Das passt. Okay. Dam. 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 Gut. Eins. Zwo. 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 Dann muss ich wieder Holzkohle auffüllen in unseren Engine. Zwo. 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 Kürbis auf dem Kopf gehabt. Okay. Ich weiß jetzt warum es um spooky heißt. Oh man. Ich bin mal gespannt. Das Video war fast auch spooky. Ich werde auf jeden Fall mal irgendwann auf meinem normalen Octobate Channel dann Takeouts machen. Also wenn ihr Takeouts davon sehen wollt und das Video auch an sich schaut da vorbei. Ist nicht gelistet aber im Normalfall kann man das trotzdem finden wenn man sich anstrengt. Ne die nicht gelisteten nicht aber die Takeouts kann man später sehen und sollte es wirklich was taugen dann werde ich das natürlich auch von dem Dings runternehmen. Oh wees.